So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Blätterrauschen, Jahreszeiten im Wald von Paolo Mori, erschienen bei Cosmos Spiele, ist für 2-6 Spieler, dauert so ungefähr 20 Minuten, ab 8 Jahren empfohlen und es ist ein Roll'n'Ride Spiel, von dem gibt es ja durchaus einige und vielleicht habt ihr euch ja schon mal so eins angeguckt und die hatten ja meistens so einen Block, also ich würde mal sagen, das hier ist mein Block, liegt aber auch daran, ihr erkennt das auch schon in den Farben, das sind 4 Jahreszeiten, wir haben ja im Prinzip gleich 4 Erweiterungen mit drin, das hier ist zum Beispiel der Winter, das hier ist der Sommer, das hier ist der Herbst und den Frühling habe ich auch schon irgendwo gespielt und ich werde euch jetzt einmal kurz einfach so eine Beispielrunde vorspielen, am besten einfach am, ich würde mal sagen, am Herbst und die anderen Jahreszeiten funktionieren im Prinzip alle nach den gleichen Grundregeln, nur ihr seht das hier unten, hier ist dieser Wertungsbereich, das heißt, je nachdem was wir ankreuzen, dafür kriegen wir Punkte und das ist dann eben, in den anderen Jahreszeiten sind hier andere Symbole abgebildet und dementsprechend funktioniert auch die Wertung anders, sodass wir dann jeder Jahreszeit neue Überlegungen anstellen müssen, andere Entscheidungen treffen, das ist schon wirklich sehr schick, aber das packe ich jetzt erstmal beiseite, ihr habt auch gesehen, es hat keinen Solo-Modus, man kann es tatsächlich trotzdem relativ gut Solo spielen, das funktioniert in manchen Jahreszeiten zwar unbedingt gut, man hat auch kein wirkliches Scoring da drin, aber wenn man unbedingt möchte, kann man da auch mal eine Solo-Runde spielen, gerade zum Kennenlernen geht das auch ganz gut und ich hoffe, dass man das hier alles gut erkennen kann, zu Spielbeginn sucht sich jeder Spieler eines dieser nummerierten gelben Blätter aus, falls ich meine Farben mal durcheinander komme, nicht schlagen, ich bin absolut rot-grün-blind, aber ich würde jetzt hier einfach vielleicht mal bei der 5 anfangen und wichtig ist eben, dass jeder woanders anfängt, das heißt, ein anderer Spieler würde sagen, hier, ich fange bei der 3 an, damit wir nicht immer das gleiche mit dem Würfelergebnis machen, denn ein Spieler würfelt und dieses Ergebnis zählt dann für alle, sprich, ich habe jetzt hier eine 2 und eine 4 gewürfelt, das heißt, ich muss jetzt ein 4x2 oder 2x4, es kommt ja das gleiche raus, großes, rechteckiges Gebiet auf meinen Spielplan einzeichnen und das erste Gebiet muss auf jeden Fall mein Startblatt beinhalten und wichtig ist, da wir im Herbst sind, dürfte ich jetzt nicht irgendwie das Ganze hier so einzeichnen, weil dann würde ich halt diesen Fluss überkreuzen, das geht nicht, das kann ich nur mit benachbarten Gebieten machen, das heißt, ich könnte jetzt, ich habe viele Optionen, ich könnte zum Beispiel sagen 2x4, ich mache das vielleicht einfach mal so, hier 2 breit und dann gehe ich mal 4 runter, 2x4, so, das ist jetzt das erste Gebiet, das ich eingekreist oder eingezeichnet habe und da muss ich mir jetzt eine Art aussuchen, also meinetwegen die Pilze, die Eicheln, diese Blätter, das andere so ein Sonderzeichen, dann andere Startblatt und Stürme, das brauchen wir, wenn hier so ein Sturm gewürfelt wird, erkläre ich euch dann und darf dann alles davon ankreuzen, sprich, ich kann jetzt sagen, ich nehme die Eicheln und darf ich alle Eicheln in diesem Gebiet ankreuzen, ich kann jetzt nicht noch sagen, ich möchte auch das Blatt, ich kann nicht sagen, ich möchte auch diesen Fliegenpilz, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich will nicht die Eicheln, ich möchte lieber das Blatt, dürfte ich halt die Eicheln nicht mehr ankreuzen. Und da ich jetzt hier 2 Eicheln angekreuzt habe, kann ich hier das dann auch ausmalen und ja, die geben am Ende auch Punkte, wofür, erkläre ich euch gleich, machen wir jetzt nochmal einen weiteren Beispielwurf, 1x3, wenn man sich auch die Verteilung der Würfel anguckt, es gibt halt relativ oft eine 3 da drauf, also 2x3, 2x2, eine 4 und eine 3, hier auf dem Würfel ist die Verteilung genauso, das heißt auch 2x3, 2x2, eine 4 und eine 1 und ich hoffe, es war 1x3, ich nehme es jetzt einfach als Ergebnis, jetzt darf ich ja wieder ein 1x3 großes Gebiet einkreisen, da könnte ich zum Beispiel dieses hier nehmen, es muss jetzt auf jeden Fall eine gemeinsame Kante mit einem Gebiet, das schon auf dem Plan ist, haben, da kann ich jetzt das hier nehmen, jetzt könnte ich mal sagen, aha, ich nehme die Eichhörnchen, dann kann ich hier ankreuzen und das ist tatsächlich ein bisschen klein hier auf dem Spielbogen, sonst hätte der Block wahrscheinlich riesig sein müssen und hier ist es jetzt so, ich multipliziere einfach am Spielende die Zahl der Eichen, mit der Zahl der Eichhörnchen, das sind meine Punkte, sprich aktuell hätte ich 2x1, hätte ich jetzt schon 3 Eichhörnchen, hätte ich 2x3, wenn ich am Ende irgendwie 6 und 4 habe, wären das halt 4x6, also 24 Punkte für diese Kombination, das ist eben wichtig, alle Spieler nehmen das gleiche Ergebnis, das heißt, wir würden weiter würfeln, jetzt hätte ich halt auch einen Sturm gewürfelt, 2x2 und wenn ich jetzt in dieser Jahreszeit, das ist in jeder Jahreszeit anders geregelt, wie mit den Wolkenverfahren wird, hier muss ich das Ganze jetzt auch einzeichnen, ein 2x2 großes Gebiet und es muss ein Sturm drin sein, das ist dieses blaue Symbol hier, wenn ich das nicht kann, immer wenn ich nicht kann oder nicht möchte, muss ich einen Fehlwurf eintragen, das heißt, wenn ich keinen Fehlwurf nehmen möchte, dann muss ich das zwangsläufig hier eintragen, weil hier geht überall nicht, das sind ja nur 1er große Gebiete, hier könnte ich das irgendwie eintragen oder so würde auch gehen oder irgendwie so, aber ich darf ja nicht über den Fluss malen, zumindest nicht, wenn das in einem Gebiet über den Fluss geht, also kann ich hier nirgendwo hinmalen, das heißt, ich habe eigentlich nur die Option, dass ich das jetzt hier einmale oder ich nutze einen Joker, das möchte ich aber gerne später tun und euch dann erklären und jetzt habe ich ja hier das eingekreist, jetzt kann ich halt das hier nicht ankreuzen, da gibt es keine Punkte für, ich könnte diesen Pilz hier ankreuzen, der Pilz gibt 3 Punkte, aber immer wenn ich so einen Pilz ankreuze und ein Fliegenpilz im gleichen Gebiet ist, dann muss ich den mit ankreuzen und der ist dann minus 2 Punkte wert, der normale Pilz 3, das heißt, damit würde ich jetzt nur einen Punkt machen, also kann ich sagen, ich kreuze hier diesen Baum an, mache da ein Kreuz, wenn jetzt noch mehr Bäume in dem Gebiet wären, dürfte ich halt wieder alle ankreuzen, es ist halt nur einer drin, jetzt kann ich hier diese Baumreihe ankreuzen und ich muss mir aussuchen, welche ich nehmen möchte, möchte ich hier unten anfangen, da brauche ich nur 3 insgesamt, dann kriege ich 10 Punkte dafür oder sage, ich mache das hier ganz oben, wenn ich das schaffe, das alles voll zu kriegen, 2, 4, 6, 8, 9 sind das glaube ich, dann wären es 30 Punkte oder ich mache hier das mittlere 20, ich denke mal, okay, ich mache mal einfach hier so einen mittleren Baum, jetzt muss ich halt auch diese Reihen nehmen, ich kann nicht später noch umschwenken und wenn ich das schaffe, kriege ich 20 Punkte, wenn ich das nicht voll mache, wenn ich am Ende irgendwie nur hier 2, 4, 5 angekreuzt habe, dann würde ich dafür gar nichts bekommen, also wird dann jetzt wieder gewürfelt, mal doch jederzeit die Möglichkeit auszusteigen, weil wenn gewürfelt wurde und ich noch drin bin und ich kann oder will das nicht einsetzen, muss ich einen Fehlwurf nehmen, das ist jetzt noch nicht wichtig, weil ich habe ja noch viele Möglichkeiten, aber irgendwann wird das ja voll, gerade wenn ich mal eine 4x4 würfel zum Beispiel und dann muss ich mir vorüberlegen, ja, ich habe gar nicht mehr so hohe Chancen, die noch passende Gebiete einzuzeichnen, ich steige mal lieber komplett aus, dann kann ich schon meine Punkte ausrechnen, das ist jetzt ziemlich optimal, 3x1, da könnte ich jetzt zum Beispiel hier das Gebiet einkreisen oder halt ausmalen und auch immer ruhig ein bisschen dicker, damit man auch erkennt, wo man wirklich schon gemalt hat und wichtig ist eben auch immer wirklich durchkreuzen, auch gut sichtbar durchkreuzen, jetzt habe ich hier 2 Pilze, die jeweils ja 3 Punkte wert sind, die kann ich auch anmalen und da ich keine Fliegenpilzen habe, kriege ich auch keine Minuspunkte für, weil hinten raus wird es tatsächlich manchmal ein bisschen schwer zu sehen, was ist jetzt eigentlich ein Gebiet, wo ich schon was habe und was ist ein Gebiet, wo ich vielleicht noch gar nichts angekreuzt habe, das einfach noch frei ist, das ich einfach nur noch ausmalen muss, deswegen habe ich mir auch tatsächlich angewöhnt, so freie Gebiete einfach immer so ein bisschen hier durchzustreichen, damit das gleich relativ übersichtlich ist, da darf man natürlich dann hier beim Kreuzen keinen Fehler machen, weil sonst kann man das nicht nachvollziehen. So, jetzt kann ich hier 2x3, jetzt bin ich hier am Fluss, jetzt könnte ich auch über den Fluss gehen und da was einzeichnen, das heißt, ich könnte sagen, 2x3, ich mache das hier 3 lang und 2 hoch und jetzt habe ich hier 2 Eichhörnchen, das ist doch super, dann kann ich die jetzt hier auch ankreuzen, jetzt habe ich schon 3x2, also 6 Punkte, das ist noch nicht so super viel, aber ich habe ja noch ganz viele Möglichkeiten, oh 4x2, das wird schon jetzt ein bisschen größer und jetzt ist eine Wolke dabei, sprich jetzt muss ich so einen Sturm drin haben und da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich mache hier angrenzend, also hier 2 breit und 4 hoch, auch immer hier unten ruhig anmalen, damit man weiß, okay, das ist ein Gebiet, das ich schon habe und nicht irgendwas, das noch offen ist und hier durfte ich einfach angrenzend malen, jetzt kann ich hier diese Zapfen ankreuzen, also ich würde das wirklich nicht mit einem Bleistift spielen, das sieht man dann immer nicht so gut, zumindest nicht so, wie ich den benutze, jetzt kann ich hier 3 Zapfen anstreichen und ihr seht das hier, der 4. Zapfen, der ist, ich hoffe ihr seht das, ist umrandet, das heißt, wenn ich es schaffe 4 anzukreuzen, kriege ich 12 Punkte dafür, habe ich nur 3, kriege ich nichts und wenn ich nachher 7 angekreuzt habe, dann würde ich halt 4 Punkte bekommen, aber weil ich das zweite nicht geschafft habe, nicht 24. Das heißt, man ist auch immer so ein bisschen am gucken, wo kriege ich pro Kreuz die meisten Punkte, aber es ist nicht so 100% aus, also zumindest am Anfang, wahrscheinlich wird es irgendwann irgendwelche Leute geben, die das komplett durchgerechnet haben, die sagen, ja, hier, das ist irgendwie schon immer am besten, aber man weiß eben auch nicht, was man würfeln, ich glaube, der Paolo Mori wird da auch ein bisschen geguckt haben. Jetzt habe ich hier 2 mal 3, es muss in ein Sturmgebiet, da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich zeichne das hier ein, 3 hoch und 2 breit, hier ist auch der Sturm mit drin und jetzt könnte ich eben wieder die, ja, doch, eigentlich wollte ich hier Blatt und Baum nehmen, weil für Paare gibt es halt auch 5 Punkte, aber ich kann ja nur 1 ankreuzen, ich kann nicht Blatt und Baum ankreuzen, ich kann nur eine Art ankreuzen, außer in dem Fall hier, wenn ich die Pilze ankreuze, muss ich, das ist halt die Sonderregel hier, und auch die Pilze mit ankreuzen, also habe ich jetzt hier noch 2, was nochmal 6 Punkte sind, aber eben auch einen Fliegenpilz und damit sind es nur 4 Punkte, damit ist der Punkteschnitt schon gar nicht so hoch, aber ich habe noch ganz viele Möglichkeiten, also sage ich auf jeden Fall, komm, ich bleibe mal drin, habe jetzt eine 2 mal 3, das ist tatsächlich relativ oft, dass das passiert, muss es aber wieder bei einem Sturm einzeichnen und da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, komm, ich male das mal hier oben ein, hier ist auch ein Sturm mit drin, jetzt muss ich halt wieder überlegen, möchte ich den Zapfen nehmen, das wären also dann 12 Punkte, möchte ich die bei den Pilzen nehmen, das wären 6 Punkte, den Zapfen kriege ich sicher auch später noch mal irgendwo, möchte ich die Eichel nehmen, die Eichel wird da schon auf 3 mal 3 erhöhen, statt 2 mal 3, Multiplikatoren sind ja immer ganz gut, ich versuche, ja, zwei Kreuz machen ist natürlich verlockend, aber ich sage einfach mal, komm, hier, ich male hier die Eichel an und dann habe ich das hier, dann würfel ich wieder, 1 mal 4, das ist gar nicht so schlecht tatsächlich, weil dann kann ich da gleich weitermachen, dann kann ich jetzt hier das Ganze ankreuzen, kann hier noch eine Eichel nehmen, habe dann schon 4 mal 3, also immer schon 12 Punkte, da geht hoffentlich noch mehr und eine 1 mal 2, muss aber mit Sturm sein, ich bin echt verwundert, dass ich noch keine 4 mal 4 gewürfelt habe, das kann ich jetzt zum Beispiel auch wieder hier unten machen, ich arbeite hart an diesem Eichhörnchen-Multiplikator und dann kann ich hier noch eins ankreuzen, jetzt bin ich schon bei 5 mal 3, also 15 Punkten, dann gucken wir mal, 1 mal 3, das läuft echt nicht schlecht, das hier geht nicht, weil über Eck darf man nicht, es müssen halt immer gerade Linien sein, aber ich könnte das hier machen, hier, und dann habe ich hier das Gebiet, wo ich den Zapfen ankreuzen kann, das heißt, da habe ich jetzt auch die 12 Punkte sicher, und dann, mein Gebiet wird schon kleiner, hier habe ich im Prinzip jetzt alles eingezeichnet, das heißt, ich habe hier nur noch dieses obere, knappe Drittel vom Spielfeld und jetzt habe ich eine 4 mal 2, auch wieder mit Sturm, 4 mal 3 wäre mir sogar fast lieber, na komm, ich male das einfach mal hier oben an, wie sagt, Multiplikatoren sind doch immer super, jetzt kann ich hier sagen, hier ist der Sturm, hier sind nochmal 2 Eichen, jetzt habe ich fast alle, jetzt bin ich hier schon bei 7 mal 3, also immer in 21 Punkten, das ist aber gar nicht, ich muss nur noch Bäume machen eigentlich, mal gucken, so 2 mal 1, oh, das läuft, das ist echt gar nicht so schlecht, da könnte ich jetzt sagen, ich male das zum Beispiel hier hin, so, und ja, hätte ich eigentlich anders machen müssen, da nehme ich einfach nochmal einen Pilz, ich glaube, Pilze sind an sich immer auch die bessere Wahl als diese Zapfen, weil ein Pilz sind ja immer 3 Punkte, und wenn ich 4 Zapfen angemalt habe, kriege ich 12 Punkte dafür, also auch 3 Punkte pro Zapfen, aber wenn ich es halt nicht schaffe, das ist halt ein größeres Risiko, aber, euch ist es aufgefallen, hier ist ein Sturm bei, und ich habe hier keinen Sturm, also gilt das quasi nicht, ich hoffe, ich habe den noch nicht angemalt, wenn doch, naja, denkt ihr euch einfach weg, ich muss das Ding irgendwo hinmalen, wo ein Sturm ist, und da wird die Luft jetzt schon ein bisschen dünn, das ginge tatsächlich hier, hier oben, also im Prinzip nur mit Blatt oder mit Baum, zu den beiden Stürmen komme ich nicht hin, also, und hier würde ich mir natürlich ein schönes, großes Gebiet kaputt machen, und hier aber auch, mache ich in jedem Fall, das ist ganz schön bitter, hier ist ein Gebiet, hier habe ich schon was angekreuzt, ja, das ist jetzt ein Worst-Case-Szenario, na komm, was soll der, jetzt, ich male das mal hier rein, den Joker habe ich mir für später auf, jetzt habe ich natürlich in dieses schöne große Gebiet hier so eine schöne Kante reingemacht, mache hier ein Kreuz, wir erinnern uns, Bäume brauche ich noch Blätter zu, damit ich 5 Punkte pro Paar bekomme, jetzt passt das hier auch, 1 mal 4, das ist auch wieder ganz okay, das könnte ich zum Beispiel hier eintragen, hier in das Gebiet, mache ich hier noch den Fluss hin, jetzt habe ich das hier ausgemalt, ich hoffe, man hat, wahrscheinlich ist die Hand die Hälfte der Zeit im Bild, jetzt kann ich hier noch das Eichhörnchen machen, die Eiche ist ja 7, das heißt, jedes Eichhörnchen sind gerade 7 Punkte, das ist, glaube ich, echt ganz gut, so, 2 mal 3, das kriege ich da auch noch irgendwo hin, zum Beispiel hier oben, 2 mal 3, kann ich hier auch wieder ein Eichhörnchen nehmen, das eben, 5 mal 7 sind schon 35 Punkte, das ist echt, das ist ganz okay, dann gucke ich mal, 2 mal 2, das geht bestimmt gerade noch gut irgendwo rein, das könnte ich zum Beispiel hier rein machen, dass ich hier dieses Gebiet nehme, und jetzt habe ich halt hier nochmal 2 Blätter, das heißt, das sind auf jeden Fall 5 Punkte, weil ich ja ein Paar habe, und wenn ich jetzt, ne, ich habe hier einen Baum und 2 Blätter, wenn ich es jetzt schaffe, noch einen Baum zu nehmen, dann sind es nochmal 5 Punkte, und ich habe jetzt 1 mal 4, da könnte ich natürlich nochmal Blätter nehmen, aber das bringt ja nichts, oder ich hole mir hier oben einfach die letzte Eichel, und dann bin ich hier jetzt bei 8 mal 5, das sind mal 40 Punkte, das ist das absolute Maximum, ich hoffe, ich habe da keinen Fehler gemacht, jetzt sind natürlich meine Gebiete sehr, sehr klein, aber ich habe ja noch einen Joker, ich kann einmal noch den hellen Würfel in eine andere Zahl ändern, ich hoffe einfach mal, dass es irgendwie was bringt, 3 mal 3, das könnte ich jetzt nirgendwo mehr einmalen, und ihr seht jetzt vielleicht, was ich meine, das ist jetzt natürlich so ein bisschen unübersichtlich, wo kann ich noch was malen, und wo nicht, ne, das hier ist noch ein freier Bereich, das hier ist noch ein freier Bereich, hier ist noch ein freier Bereich, und hier oben ist noch ein freier Bereich, wir sehen, das ist halt 4, 3, 4, bringt nichts, ich muss also meinen Joker einsetzen, um hier mal, eigentlich macht man immer eine 1 daraus meistens, aber ich gucke mal, ob eine 1 wirklich das sinnvollste ist, also den Fliegenpilz hier will ich nicht, das sind Minuspunkte, der Zapfen hier bringt mir nichts, ich nehme einfach mal mit 1 mal 3, das ist echt, echt worst case, ich nehme mal einfach das hier, um noch die Punkte mitzunehmen, dann mache ich hier den Baum, ne, nicht den Baum, vergess, dass ich das gemacht habe, ich kreuze es hier ein, und dann nehme ich den Baum noch mit, das sind 5 Punkte, so, und jetzt steige ich aus, ich glaube, ich könnte, jetzt macht man das, was man nicht tun sollte, mal gucken, was dabei rausgekommen wäre, eine 2 mal 4, die hätte ich nirgendwo mehr einzeichnen können, ich habe keinen Joker mehr, das heißt, ich hätte einen Fehlwurf nehmen müssen, ich hätte dann hier ein Kreuz machen müssen, wäre dann bei minus 3 Punkten, könnte dann sagen, okay, ich riskiere es nochmal, aber okay, ne, mit einer 1 mal 3, das hätte geklappt, die hätte ich hier noch einzeichnen können, aber die Chance, dass da auch jetzt ein 2 mal 3 rauskommt, oder vielleicht sogar eine 4 mal 3, oder sogar eine 4 mal 4, 16 Felder auf einmal, da kann die Spielzeit auch durchaus variieren, wenn man das häufiger würfelt, aber ist jetzt nicht so wahrscheinlich, das heißt, ich habe alles richtig gemacht mit dem Aufsteigen, jetzt gucken wir, ich habe, ne, 2, 4, 5 Pilze, das sind also 15, ich habe einen Fliegenpilz, das sind minus 2, also insgesamt 13, dann habe ich hier einmal 12, das heißt, das sind zusammen 25 Punkte, hier habe ich nur einen, da kriege ich gar nichts für, hier habe ich 2, 4, 6, 8 mal 5, sind 40 Punkte, sind zusammen 65 Punkte, hier habe ich zwei Paare, sind 10 Punkte, ich habe keinen Fehlwurf, das heißt, ich habe insgesamt 75 Punkte, und damit mein mit Abstand bestes Ergebnis in diesem Spiel, und das ist auch schon das ganze Spiel, einfach immer nur Rechtecke einzeichnen, in verschiedenen Größen, die immer durch die Würfe definiert werden, und dann mich aber eben immer entscheiden, okay, was kreuze ich in diesem Gebiet jetzt an, in welche Richtung gehe ich, wie baue ich so die Flechten zusammen, und wie kriege ich halt die meisten Punkte, beziehungsweise mehr Punkte als meine Mitspieler, und wenn wir uns dann die anderen Jahreszeiten angucken, zum Beispiel hier den Winter, da ist auch zum Beispiel wieder dieser Fluss drin, hier ist es nur so, dass der Fluss zugefroren ist, hier durfte man ja nicht ein Gebiet über den Fluss malen, aber hier ist es so, immer wenn ich mit einem Gebiet einen Fluss überquere, wie zum Beispiel, hier ist mit Bleistift eingezeichnet, das sieht man nicht so gut, aber hier ist ja zum Beispiel ein Gebiet, das habe ich hier nicht angemalt oben, aber das ist ein Gebiet, das über den Fluss geht, dafür würde ich mir hier einmal, das Notieren wird dafür einen Punkt bekommen, oder auch hier, hier habe ich so ein 3x3 Gebiet gemalt, das über den Fluss geht, da bekomme ich also jetzt nur in dieser Jahreszeit einen Punkt für, ansonsten gibt es hier zum Beispiel so Bäume, die bringen einfach immer einen Punkt, aber in dem Gebiet muss eine Schneeflocke sein, ansonsten darf ich die nicht ankreuzen, Füchse bringen immer drei Punkte, aber ich darf nur dann einen Fuchs ankreuzen, wenn nur ein Fuchs in dem Gebiet ist, sprich wenn das hier ein Gebiet wäre, das ich einzeichne, wären da zwei Füchse drin, darf ich die Füchse nicht einzeichnen. Hier, dieser Vogel und dieser Baum, wenn ich ein Paar davon habe, bekomme ich fünf Punkte dafür, pro Paar, kann man auch schon gut Punkte machen, bei diesen Eistapfen, wenn ich genau fünf habe, kriege ich 15 Punkte, habe ich vier oder drei oder noch mehr, dann kriege ich keine Punkte dafür, diese Stechpalme hier, da gucke ich halt am Ende, ich hatte jetzt fünf in der Partie, und dann würde man den Würfel würfeln, jeder wäre zwei Punkte wert, das heißt im Schnitt so 200 Punkte, würde ich mal grob mathematisch sagen, dass es vier Punkte wert ist, das ist echt sehr selten, weil die vier gibt es nur einmal, ein Punkt ist auch so unwahrscheinlich, also im Schnitt so zwei oder drei Punkte, und die Elche bringen insgesamt zwölf Punkte, wenn man sie alle in einem Gebiet hat, hier habe ich ein Gebiet, wo der Elch drin ist, hier habe ich ein großes Gebiet, wo ein Elch drin ist, hier habe ich ein Gebiet, wo ein Elch drin ist, also wenn die am Ende nicht alle in dem Gebiet drin sind, dann gibt es da gar keine Punkte für, und hier ist es so, immer wenn eine Wolke gewürfelt wird, die auf diesem Würfel hier ist, dann kreuze ich hier eine Wolke an, und immer kreuz machen, oder halt hier ausmalen, wie ich das gemacht habe, das passiert einfach immer automatisch, ohne dass ich irgendwas anderes machen muss, aber ich kann eben auch immer diese Schneeglöckchen hier ankreuzen, wenn ich so ein Gebiet habe, kann ich sagen, hier, ich kreuze ein Schneeglöckchen an, ich kriege halt pro Schneeglöckchen drei Punkte, aber ich darf nicht mehr Schneeglöckchen haben, als Wolken, hier habe ich jetzt sechs Wolken, und vier Schneeglöckchen, das geht, hätte ich jetzt aber hier insgesamt sieben angekreuzt, weil das irgendwie total toll gepasst hätte, und es wären trotzdem nur sechs Wolken gewesen, wären diese ganzen Kreuze verschwendet gewesen, und ich hätte null Punkte dafür bekommen, eine Flussverquerung minus drei Punkte, und auch hier wieder jeder Fehlwurf, drei Minuspunkte, und auch hier kann ich wieder den, das ist für mich farblich immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube, es ist auch der helle Würfel, den halt umdrehen, ich hoffe, ich habe das vorhin auch richtig gemacht, dann haben wir hier den Sommer, hier ist der Fluss ausgetrocknet, das ist so, als wäre er gar nicht da, ich kann da einfach rüber gehen, brauche mir im Sommer keine Gedanken zu machen, die Bäume hier, darf ich nur dann ankreuzen, wenn ein Gewitter, also ein Sturmgewitter, die Bäume hier, die gibt es ziemlich oft, die bringen immer zwei Punkte, aber ich darf sie nur dann ankreuzen, wenn ich das Gebiet einzeichne, und da ein Sturm bei ist, sonst darf ich einfach die nicht ankreuzen, muss ich irgendwas anderes ankreuzen in dem Gebiet, diese Blumen hier, die Gänseblümchen, die darf ich halt auch ankreuzen, wie ich möchte, ihr seht, die gibt es auch super oft, kriege ich zwei Punkte jeweils für, aber nur, wenn ich eine ungerade Zahl habe, sprich, wenn ich 1, 3, 5, 7, 9, 11 davon habe, habe ich halt 2, 4, 6, 8, 10, gibt es da gar keine Punkte für, die Kleeblätter sind in den Ecken, der erste Spieler, der alle Kleeblätter angemalt hat, kriegt 20 Punkte, wer es danach schafft, kriegt noch jeweils 10, haben zwei das mit dem gleichen Gebiet, also beim gleichen Wurf, kriegen die alle die Punkte dafür, und dann gibt es hier noch Äpfel, Pfirsiche und wo sind sie hier, Kirschen, die werden alle miteinander multipliziert, sprich, ich gucke, wie viele Äpfel habe ich, wie viele Nektarinen habe ich, wie viele Kirschen habe ich, angenommen 2, 2, 2, dann wäre das 2 mal 2, 4 mal 2, 8 Punkte, hätte ich 3, 2, 3, wären das 3 mal 2, 6 Punkte, mal 3, 18 Punkte, habe ich halt 5, 5, 5, wären das 5 mal 5, also 25 Punkte, mal 5 nochmal 125 Punkte, das erscheint mir super viel, ich hoffe, ich habe mich da nicht verrechnet, aber das ist wahrscheinlich unmöglich, das hinzubekommen, falls doch, würde ich immer darauf spielen, aber ich denke, da muss es schon wirklich sehr, sehr lucky laufen, diese Fliegenviecher hier, die bringen mir 3 Punkte, aber die darf ich nur ankreuzen, wenn kein Sturm gewürfelt wurde, also meistens in der Regel, die Moskitos hier, Mücken, die bringen mir 15 Punkte, aber nur, wenn alle in keinem Gebiet drin sind, und das ist tatsächlich super schwer, dafür sind 15 Punkte fast auch ein bisschen wenig, und so ein Schlangenvieh hier, das bringt mir 3 Punkte, wenn es nicht in einem Gebiet ist, wenn wir uns das hier mal angucken, hier habe ich zum Beispiel so ein Gebiet eingezeichnet, das heißt, die Schlange hier bringt mir keine Punkte, die Schlange hier ist außerhalb, die ist in keinem Gebiet, weil ich das offen gelassen habe, da hätte ich nochmal 3 Punkte mehr für bekommen, die habe ich vergessen, mir aufzuschreiben, und so ist die Wertung im Sommer, dann haben wir noch den Frühling, beim Frühling gibt es insgesamt 7 Regenbögen, verteilt auf dem Spielfeld, wenn ich es schaffe, alle 7 anzukreuzen, kriege ich dafür 30 Punkte, die Bäume, die bringen einfach nur 1 Punkt, wenn ich mindestens 10 habe, kriege ich nochmal 5 Punkte extra oben drauf, diese Wespen oder Bienen hier, die kann ich halt ankreuzen, markiere ich hier einfach, dann muss ich aber gucken, wie viele von diesen Blüten hier habe ich angekreuzt, habe ich davon 3 Stück angekreuzt, ist jede Wespe 3 Punkte wert, habe ich ganz viele Wespen angekreuzt, am Ende nur 2 von diesen Blüten, dann sind die gar keine Punkte wert, wenn ich es schaffe, das steht hier unten, mindestens 6 davon anzukreuzen, ist jede einzelne Wespe 4 Punkte wert, und wenn ich es sogar schaffe, irgendwie 9 von denen anzukreuzen, und habe noch viele Wespen gesammelt, dann ist jede davon 5 Punkte wert, da ich maximal 6 sammeln kann, wären das also im Idealfall 30 Punkte, Schmetterlinge, das Prinzip hatten wir vorhin schon, kann ich auch einfach ankreuzen, und dann sind die 2 Punkte wert, aber nur wenn ich eine gerade Zahl habe, sprich 2, 4, 6, 8, 10, bei 1, 3, 5, 7, 9, gibt es keine Punkte dafür, diese Vögel hier bringen mir immer pro Paar 5 Punkte, aber die muss ich in einem Gebiet ankreuzen, sprich da müsste ich zum Beispiel hier irgendwie das Gebiet einmalen, und dann die beiden ankreuzen, dann wären das 5 Punkte, ich kann jetzt nicht irgendwie das so einkreuzen, und dann habe ich hier 2 von denen, die ich schon mal vor Ort anmalen kann, ich muss die immer als Paar haben, sprich hier könnte ich auch zum Beispiel sagen, so ein 3x2 Gebiet könnte ich hier einzeichnen, ich darf über den Fluss gehen, immer wenn ich das mache, markiere ich das hier, und kriege dafür einen Minuspunkt, aber habe ich auch ein Paar, kann ich beide ankreuzen, würde ich hier 2 Kreuze machen, würde ich halt auch nochmal 5 Punkte dafür bekommen, und diese Sprösslinge, die da vereinzelt verteilt sind, die bringen mir halt, dann kann ich auch ankreuzen, aber die bringen mir nur dann Punkte, wenn Wolken gewürfelt wurden, und zwar mindestens 3, wenn insgesamt 3 mal hier eine Wolke gewürfelt wurde, dann ist jeder von diesen Sprösslingen 2 Punkte wert, wenn insgesamt 6 Wolken gewürfelt wurden, dann ist jeder davon sogar 4 wert, da gibt es 7 mal 4, also maximal 28 Punkte, die man rausholen kann, wenn viele Wolken gewürfelt werden, das ist nicht sicher, und die Bären schließlich, die würde ich auch wieder nicht im Gebiet drin haben, jeder Bär, der nicht in einem Gebiet ist, bringt mir 3 Punkte, jedes Mal wenn ich den Fluss überquert habe, verliere ich einen Punkt, und auch da wieder jeder Fehlwurf minus 3 Punkte, und hier ist es so, auf den beiden, da darf ich halt mit dem Joker den dunklen Würfel manipulieren, sprich ich kann aus dieser Wolke, wenn ich den nicht haben will, irgendwie eine 1 machen, und wenn ich sage, oh eine 4, weil ich kann super viele wichtige Sachen auf einmal, damit ankreuzen, kann ich auch eine 4 draus machen, und in den anderen Jahreszeiten, man sieht es eben auch daran, dass die deutlich heller sind, und wahrscheinlich auch eine andere Farbe haben, kann ich halt, wenn ich den Joker benutze, den hellen Würfel auf eine beliebige Seite für mich drehen, es spielen immer alle mit den gleichen Würfeln, wenn ich halt sage, ich mache den Joker, ich mache daraus eine 1, dann denke ich mir nur, dass ich daraus eine 1 mache, und lasse den Würfel aber so liegen, weil für die anderen Spieler natürlich weiterhin die 4 geht, und das sind dann einmal alle 4 Jahreszeiten, die es im Blätterrauschen gibt, wie ihr schon seht, die Spielzeile wurden noch immer doppelseitig bedruckt, das finde ich super, super gut, also man hätte auch auf die Rückseite eine große Auswertung machen können, was man jetzt mal wenden muss, zum Eintragen, das ist natürlich Platzverschwendung, ich wette, es werden sich einige Leute beschweren, dass ihnen das hier unten viel zu klein ist, und man das wirklich sehr schwer lesen kann, ich hoffe, dass man das trotzdem hinbekommt, und ich finde halt cool bei dem Spiel, das ist halt dieser, also das ist einfach mal wirklich echt ein krasser Block, und dann eben noch alles doppelseitig, das heißt, da hat man wirklich viel für sein Geld, 200 Blatt beidseitig gedruckt, das heißt 100 Mal jede Jahreszeit, wenn wir uns irgendwie andere Spiele angucken, da gibt es meistens insgesamt nur 100 von diesen Blättern, ich glaube beim Kartograf noch, bei Welcome To sind immer 100 Stück drin, das heißt, hier habt ihr einfach 4 Mal so viel, das Spiel selbst ist jetzt natürlich nichts, wo man irgendwie sagen könnte, wow, innovativ, ein besonders cleverer Mechanismus oder sowas, das ist wirklich einfach, das sind nicht mal Tetris-Formen, die auch super modern sind, das ist wirklich einfach nur Rechtecke aneinander grenzend einzeichnen, das ist super banal, super einfach, aber man kann das mit jedem spielen, und das Schöne, man hat trotzdem immer knifflige Entscheidungen, weil man immer sich überlegen muss, okay, wo setze ich das jetzt hin, wo lasse ich mir noch welche Optionen offen, was kreuze ich dann an, worauf gehe ich, denke ich irgendwie, ich kann das irgendwie noch ganz toll einmalen, und wenn ich auch schon auf bestimmte Dinge gehe, also wenn ich halt mit diesem Zapfen hier anfange, wo ich ja mindestens 5 von haben muss, oder ich muss genau 5 haben, um die 15 Punkte zu bekommen, dann muss ich halt auch zugehen, dass ich das hinbekomme, es gibt nichts Ärgerlicheres, als halt, es gibt nichts Ärgerliches, als hier am Ende 4 zu haben, dann kriege ich gar keine Punkte dafür, und ich kriege ja nicht nur keine Punkte, ich habe ja auch die Kreuze umsonst gemacht, die ich sonst woanders für hätte machen können, oder auch hier bei den Schlangen, oder eben auch bei den Bären, dass ich immer gucke, dass ich die nicht in Gebieten habe, irgendwie drum herum baue, und dann dafür irgendwie Punkte bekomme, das heißt, ich lasse natürlich auch relativ viel frei, muss immer überlegen, kriege ich da jetzt mehr Punkte für, oder nicht, oder hier, dass ich irgendwie versuche, diese Paare zusammen zu bekommen, und gehe ich jetzt hier auf diese Regenbögen, oder nicht, schaffe ich es, die alle zusammen zu bekommen, auch da wieder dann, die Bären außen vor lassen, und hier gucken, macht das Sinn, auf diese Zapfen zu gehen, ja vielleicht, wenn ich eh 4x4 einzeichnen muss, und dann irgendwie hier gleich, richtig viele davon, also 4 Stück anmalen kann, das kann vielleicht gut sein, gehe ich hier auf diese 30 Punkte für die Bäume, bei uns sind die Spiele meistens so, 60 bis 70 Punkte ausgegangen, in den anfänglichen Lernpartien, vielleicht kann man später noch mehr Punkte bekommen, weil ich glaube so, 70 ist schon mal eine ganz gute Messlatte, zumindest am Anfang, und das kann man wirklich mit allen spielen, das ist auf jeden Fall denke ich auch ein Cuxhaven Spiel, weil das mit den Wertungen, das muss man einmal verstehen, das ist aber auch wirklich, auch wieder nicht ganz so groß in der Anleitung, aber es steht da alles drin, das ist auch relativ selbsterklärend tatsächlich, auch das Spielkonzept ist relativ schnell vermittelt, auch schön mit irgendwelchen großen Beispielen, wo auch hier alles noch markiert ist, und man genau sieht, was man so anzeichnen soll, also das ist nicht kompliziert zu lernen, wenn ihr jetzt dieses Video geguckt habt, und ich keine Regelfehler eingebaut habe, guckt also bitte in die Beschreibung, weil gerade beim hier, ne, spielen quasi, erklären dabei, kann sich immer irgendwo ein Flüchtigkeitsfehler einschleichen, dann geht das echt gut, ich habe das schon mit unterschiedlichsten Leuten gespielt, die viel gespielt haben, die wenig gespielt haben, die so Gelegenheitsspieler sind, und es hieß eigentlich immer so, ach, das ist nett, das ist spaßig, also zumindest die ganzen anderen Jahreszeiten, wollten die Leute alle nochmal ausprobieren, und jetzt habt ihr einmal einen sehr ausführlichen Blick auf Blätterrauschen bekommen, wisst, ob das was für euch ist oder nicht, ist auf jeden Fall ein klassisches Familienrollenbride, und da wird das, denke ich, sicherlich seine Fans finden, allein schon, weil man eben wirklich echt, einfach, echt einen krassen Block geboten bekommt, also, da habe ich schon manche Malspiele gesehen, wo kleinere Blöcke mit weniger Zetteln drin waren, also da kann man sich echt mal eine Scheibe abschneiden, und ja, das war es dann von Blätterrauschen von Paolo Mori und mir, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, bis bald, und tschüss! und tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.